Wer ist Gina? Gina ist eine Frau mit Stil und Deutschland sollte auf Gina gefasst sein, finde ich. Und ich finde es gut. Warum bin ich so ernstlich? Es ist mir doch vertraut hier. Das Licht, der Ton, das Fluido, das Haus hier, muss es wieder neu entdecken, muss es mir zu eigen machen, wie beim ersten Mal. Hallo liebe Männer, heute meine allseits bekannte Quizfrage. Wie heißt das hiermit? Ich muss mich hier oben konzentrieren. Ich fang nochmal an. Also liebe Männer, meine allseits bekannte Quizfrage. Ich möchte unterhalten. Ich möchte entertainen. Und Weltfrieden. Da steigt da so ein Wachtmeister aus, nicht? So ein Wachtmeister. Solche Oberarme, Grübchen im Kinn. Und da beucht er sich runter in mein Corsa. Und sagt mit seiner männlichen Stimme. Ich verfolge sie schon seit über einer halben Stunde. Ich sag, Herr Wachtmeister, die Antwort ist trotzdem nein. Ja, wo möchte ich denn gerne hin? Auf die großen Bühnen dieser Welt. Auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Der Himmel schweigt In Form von Unendlichkeit Du bist so nah, dass ich dich spür Du lachst mich an Und sagst zu mir Gib den Traum Nicht auf Flames of Love Wie, was soll denn diese Frage jetzt? Hat die schon mal Sex hier ab? Ja, natürlich. Nein, ich bin natürlich Jungfrau. Außerdem höre ich jetzt mal auf, so blöde Fragen zu stellen. Ich will jetzt nach Hause mein Apfel trinken. Die Füße tun mir sowas von weh. Mach das gut. Tschüss. Du bist ja immer noch da. Du bist ja immer noch da. Du bist ja immer noch da. Du bist ja immer noch da.